Ja hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Comstock House. Da ist kurz bei mir die Audio abgebrochen. Bestimmt weil es so episch war. Wow. Das ist also das Comstock House. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg dahin. Was für ein Jump-Scare. Ich habe gerade angefangen Mann. Und dann erschreckt mich das Spiel schon so sehr. Was soll das? Oh. Bringen Sie uns die Kleine und täten Sie die Schuld. Ach, wir sind hier wieder. Oh nein. Mal schnell mal schauen, was hier alles ist. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Ja. Aber wir sollen denen das Mädchen bringen? Männchen, mal können wir jetzt... Ah, wir können jetzt hier rein. Hä? Oh, okay. 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 Es tut mir leid, ich hätte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Bring mich zurück. Bring mich. Oh, ja. Nein, Elizabeth. Wir holen sie zurück. Müssen sie einholen? Ja, schnell. Wohin? Wohin muss ich? Oh, wir haben nur so wenig Leben. Oh, das überleben wir nicht. Oh, da hinten. Okay. Wow. Das war ein weiterer Sprung. Wow. Guckt euch das an, Leute. Oh, das sieht ja so richtig gut aus. Oh je. Okay. Hoffentlich werden wir nicht von den Blitzen getroffen. Oh. Okay. Oh. Spinner. Also, das ist Juli. Wow. Wow. Wir holen wieder raus. Hey, ist das der aus Harry Potter? Der sieht fast so aus wie der Goblin an der Bank. Oh, wir hören sich schreien. Okay, ich glaube, wir sollten uns vielleicht beeilen. Oh. Oh. Okay, wir hätten sich vielleicht doch nicht angreifen sollen. Wow, das sind ja mal richtig viele. Und die halten auch eine Menge aus von meiner Shotgun, die voll geupgradet ist. Oh, scheiß auf die. Wir müssen Elisabeth retten. Nein. Die können nicht auf die scheißen. Scheiße. Oh, oh. Warte, Elisabeth. Wir sind gleich gleich hier. Haltet ruhig. Jetzt ist mal gut hier. Ach, Gott sei Dank. Okay. Wir haben jetzt gleich keine Munition mehr. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Ja. Hoffentlich muss ich nicht... Den Knopf drücken. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Die hatten gar nichts dabei. Ja, vielleicht können wir den Fahrstuhl nutzen. Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich in den Rettung. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Oh, hier. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Oh, das gefällt mir gerade richtig gut. Das ähnelt jetzt wirklich immer mehr dem richtigen Bioshock-Style. Wie mein Vater konnte ich alles sehen, was dein Würde tut. Okay, wenn er uns eine Weile sieht, dann aktiviert er seine Freunde. Das heißt, wir dürfen uns nicht von ihm erwischen lassen. Kind, möchtest du mit mir reden? Ich tue mir weh. Bitte, lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Oh mein Gott, was machen die hier für perverse Spiele? Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpst. Sie ihr Potenzial ausschöpft. Er will sie eigentlich nur ausnutzen, oder? Oh. Was haben wir denn hier? Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich bin Dr. Paddy, Frau Keleserov. Und ich werde mich an dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Okay. 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 Was? Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Eine Lüge. Hatsache. Das ist so. Wir kostenlos. Wir kostenlos. Wir kostenlos. Wir kostenlos. Wir kostenlos. noch mal skill so der revolver ist auch ziemlich geil komisch dass ich den vorher nie gefunden die reisefeuer immer nur unglücklich ich hab immer nur auf mich gewalt oder auf gewitt wer ist noch mal gewitt der revolver ja da haben wir ihn unberechenbar was er kann sich da schießen ok so jetzt sollten wir mal unsere fähigkeit benutzen die wir schon seit ewigkeit nicht mehr genutzt haben dann nehmen wir auch mal den karabiner nein da haben wir sogar noch das falsche können wir einfach durch rennen und beide schrott gleichzeitig na willst du denn mal sterben so jetzt haben wir das kind ist bereit es ist satt hoffe ich selbst wenn wir sie heilen warum sollte sie tun was sie sagen meine tochter hat zwei krankheiten Doktor die eine die wissenschaft heilen die andere ist spirituell was für eine krankheit ist das hoffnung das ist doch keine krankheit ich fühle mich irgendwie immer dazu geneigt dass ich dann gleich dort bleibe oh oh was sind eigentlich morgen ist ja deine operation also iss was operation du haufst immer noch dass du mitkommst und dich rett und was es sind jetzt sechs monate sechs monate das verstehe ich jetzt nicht wo sind wir eigentlich gerade wir sind glaube ich noch im comstockhaus oder müssten wir schrotflinte ja nett du hast mich nicht gesehen du hast mich nicht gesehen ach ok es wird mal ziemlich stealth action hier oh uh knappe sache wie kann er denn durch die wand hier leuchten also ist ja mal komisch wo wir lernen mhm der mann hier oder doch am ende ließ er mich im stich aus reinem eigennutz doch in gewisser weise bin ich ihm dankbar heute ist ziemlich viel mit storytelling dabei ich hoffe ihr genießt das gerade auch so wie ich weil ich finde das ziemlich cool und da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen weil ja man muss das ja auch mal auf sich wirken lassen es scheint wir haben etwas gemeinsam der kabel die enttäuschung schon wieder von elisabeth das hören wir uns doch mal an mit der zeit glaube ich immer weniger an gott und immer mehr an lutes meine kräfte schwinden in dem maße wie die reue in mir wächst und all das nur weil mein vater mich im stich ließ als mir klar wurde wie weit ich gegangen war konnte ich es schon nicht mehr stoppen da ist der schalter es gibt noch eine letzte chance auf erlösung für uns beide ok wir haben es aktiviert so sollte ich runter und zu elisabeth kommen ah wir sind jetzt den ganzen weg gelaufen um diesen schalter jetzt zu machen oh oh man das ist doch kein jumpscare spiel hier was soll das oh meine güte ok würde ich dann würde ich sagen wir rennen hier einfach durch denn ich würde jetzt schon gerne interessieren ob wir jetzt elisabeth retten können oh push 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 morgen kommt die leine ab denn all das muss einmal ein ende haben aber selbst wenn ich den siphon zerstöre werde ich stark genug sein um alle türen zu sehen und diejenige zu öffnen die ich mir aussuche und wenn ich ihn herhole wer kann sagen ob er gegen die monster bestehen kann die ich schule halt durch ja halt durch sie schreit immer noch was ein riss was ist das warum fragen sie was die wahre frage lautet wann lebt lebte wird leben stirbt starb wird sterben bitte ok ja gut dann hoffe ich euch hat es gefallen das war heute ziemlich episch heute oh da hinten steht sie schon und dann mache ich hier mal einen ganz fiesen Cut rein und ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen wie gesagt und wenn ja dann liked doch einfach mal das Video ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal reingehauen bis jetzt jemals 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 jemals